Drei Banja Resi Kriminalhörspiel von Hans Siebe Vorsicht, Abgang! Die Karriere ist neu! Die Karriere ist noch nicht da, ist mit dem Auto weg. Wohin? Keine Ahnung. Ich muss schmeißen, Harry. Ohne Lida, das geht nicht. Mit dem Auto weg? Ja. Die liegt irgendwo fest. Euer Skoda, das ist doch der letzte Husten. Ich bin halb neun in die Stadt zum Zahnarzt. Da hat sie noch geschlafen. Hör zu. Du wartest, bis Enrico dran ist. Ich ziehe die Hunde vor und du lässt dir was einfallen, wie du umbaust. Sag der Lafour, sie kommt gleich nach Enrico. Geht nicht ausgeschlossen, Harry. Wieso? Die Witterung von unten, da arbeitet kein Bär. Und die Aradus. Drei Luftnummern hintereinander. Na los, Tempo, Tempo. Mach dich fertig, soll der Chef entscheiden. Zirkus Hansa, glaubtreu. Reichsbahn, Dispatcher. Tag, Herr Glaubtreu. Tag. Also folgendes. Die zwei Waggons zusätzlich... Klappt etwa nicht? Doch, doch. Aber die Stellzeit musste umdisponiert werden. Hallo, Chef. Ja, Harry. Die Cardus schmeißt die Vorstellung. Ist mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, eine Panne. Wir müssen umbauen, aber wie? Äh, Reichsbahn. Moment, bitte. Harry. Ja? Programmfolge bleibt. Cardus soll ohne Pascha raus. Das Motorrad weglassen. Nur die beiden kleinen. Ist gut. Äh, wenn die Cardus kommt, sofort zu mir. Wie waren die Rollmanns? Noten zweifachen. Für den Abend sehe ich schwarz. Cookie ist rausgehumpelt. Ende. Hallo? Ist da immer solche Hektik? Ja, manchmal ist da Wurm drin. Äh, sagten Sie, neue Stellzeit? Stadt 23.10 Uhr, 23.40 Uhr. Also eine halbe Stunde später. Wir haben getüftelt. Und die Abfahrt, äh, die halbe Stunde wird da angehängt. Abfahrt planmäßig 4.17 Uhr. Ja, hören Sie mal, unser Pensum ist durchkalkuliert auf die Minute. Kaum Luft für Überraschungen. Wir verlahmen doch nicht nur Käfigtiere. Letztens in Seitzbockte eine Elefantenkuh. Also ich bestehe auf der abgesprochenen Verlabezeit. Pardon? Darf ich? Wie? Ja, 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 komm rein. Also wie nun? Wir sind durch die Bank hier, Freunde. Sonst hätten wir euch gar nicht auf Rampereins nehmen können. Wegen euch müssen wir nämlich einen Schwerlaster in Portions verlegen. Nun kriegen wir in der Nacht einen Kalifur herein zum Umschlag in Schwerin. Wie soll ich's denn machen? Ja, nicht? Hallo? Können wir uns einigen auf 23.30 Uhr? Und es bleibt dabei? Ich rufe zurück. Sagen Sie, bei Ihnen steht doch bestimmt die Kleingärtner Schlange. Das spricht sich doch herum. Zirkus? Da gibt's Pferdeäppel. Ja, wenn Sie nicht an einen Kipper dachten... Nee, nee. Ein Handwagen für die Erdbeeren. Fragen Sie nach Steinmeister Vogt. Danke. Wiederhören. Wiederhören. Erdbeeren. Was? Stimmt ja. Ist ja die Zeit. Kalten Mist aufbringen. Ob mir das wieder mal blüht. Unser Garten war eine Pracht, Sonja. Solche Erdbeeren. Na, und Rosen. Jetzt kann meine Frau kaum zum Umgraben. Blüht dir bald, Chef. Du machst noch eine Saison. Aus der Hand hast du mir was anderes gelesen. Ach, wie soll man nicht verzweifelt glauben? Nach drei beschissene Direktoren. Ja, ist ja gut. Bis zu meinem 50. bleibe ich erst mal. Ach, schade, dass du nicht bei Sarasani das laufen gelernt hast, wie ich. Ach, du wärst ein Prinzipaler geworden. 41 Leerplätze. Abend wird auch schwach, mieser vorverkauft. Hallo. Europapokal. Heute? Ja, auch schon große Drängelei. Vor allem an seinem Fernseher. Ach. Soll ich dir einen schönen Kaffee kochen? Damit du nicht weinst. Gute Idee. Ricardos, schmeiß die Vorstellung, höre ich. Na, sicher Panne. Panne? Aha. Und du, glaubst? Was? Panne. Eine schöne Frau, wie Lida Cardos. Wird die nicht sofort Kavalierer haben? Panne, da muss ich lachen. Da ahne ich doch so Sachen. Sonja, wer zum Direktor kommt, um zu klatschen, flieht raus. Ist keine Sahne da. Einkaufsbeutel. Ach, Chef. Machst mit uns Versammlung über alle möglichen Dinge. Tournee von ungarischen Staatszirkus und Prämien und besoffene Stallmeister und diese Burschen in jeder neuen Stadt mit dem tätowierten Fleck unter dem Auge. Machst mal Gebrill, wie sie gehört, und sagst ein gutes Wort. Und du kannst noch immer Bravo rufen und in die Hände klatschen, wenn du bei Probe in Chapito reinguckst, was voriger Direktor nie gemacht hat. Aber mit deinen Ohren, deinen Ohren. Wieso? Ich hab nicht das Gefühl, dass es da hapert. Du hörst nicht durch die Wände. Warum war Petrinelli Friede seiner Asche so ein herrlicher Prinzipal? Von Politik, von Hitler und Dutze hat ihn nicht interessiert. Aber der wusste, dass manche Kratzer von Domter Orestes gar nicht von seinen Loparden waren, sondern von seiner Frau. Du musst alles wissen. Nicht bloß, wie man schlägt die Tiere beim Füttern, oder dass die Kleine von den Carreros ihren einen Bruder den großen Hast wie den Teufel. Da sagst du mir ganz was Neues. Auch von der Cardos, ja? Was das für eine ist? Dass sie so Geschäftchen macht, mit Pelze zum Beispiel. Und für 200 Mark kannst du mit ihr ins Hotel. Aber er, der Cardos ist ja noch blöder als sein Viehzeug, als seine Bärin. Meine Lieder, oh, meine Lieder. Musst du hören in der Nacht. Du, ich hab die mal gesehen. Mit geschminkter Brüste. Pff, Pfeu, Pfeu. Sonja. Gut, ich sag kein Wort mehr. Sahne nimmst du selber. Ja, 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 ja. Vielleicht einen Ponyak dazu? Nee, jetzt nicht. Aber gieß die einen ein. Herzlichen Dank. Auf deine Gesundheit. Ah, ich drück mal den Knopf, ja? Wenn Umbau geklappt hat, müsste Enrico dran sein. Nein! Papageien! Du bist der dümmste von allen Papageien auf die ganze Welt. Oh, oh, lieb! Enrico schämt sich für dich. Alter Esel! Alter Esel! Na, also, läuft ja. Guck, Guck! Noch einmal. Auf, gib was! Guck, Guck! Schau hierher! Nicht ins Publikum! Schöne Dame! Schöne Dame! Guck, Guck! Soll ich auf dir machen? Eine Bräuler! Soll ich... Enrico? War auch einer. Was, auch einer? Hat auch geschlafen mit Lida Cardos. Letzte Saison in Prag. Enrico und die Cardos? Es ist vorbei, er hat längst neue. Ja, Enrico. Kaum noch Haare. Und hat der Schultern? Hat der Hüfte? Weißt du, in meiner frühere Zeit so eine Schlangen-Nummer. Ich bloß ein bisschen was oben und ein bisschen was unten. Park von Glitzerzeug aus Gabel und Strain und in Öl wie eine Sardine. Und wenn die Schlangen frisch gehäutet hatten, oh, kaum waren die einen in der Kiste, dann hatte ich die anderen am Hals, verstehst du? Aber so einer wie Enrico war nie drunter. Was hat eine Frau an dem? Tja, wenn du da schon nicht durchsiehst... Pardon, die Wäsche ist da, ich muss sortieren. Danke für den Korn. Ach so. Heute früh hat Enrico ein Telegramm bekommen. Und wie Cardos weg ist in die Stadt, ist Enrico rüber zu Lida. Sie war beim Ströck auf eine Minute. Ja. Na glaubt toll. Tekla lieb. Die Fruchtblase ist schon geplatzt. Der Tierarzt da? Noch nicht. Kollege Vogt ist dann ein. Ich komme. Genosse Oberleutnant, wir brauchen noch ein paar Vorwarn leuchten. Der Nebel wird immer dichter. Posten 1 vorziehen auf 400 Meter. Stab leuchten und rudern, was das Zeug hält. Na, bisschen erholt? Ja, ist jetzt schon. Ein Schluck Kaffee. Sind Sie beide? Die Frau gab noch Lebenszeichen. Der Sitz war runtergeklappt, sie hat gelegen. Sonst... Das waren Italiener. Italienische Artisten. Schöner Fiat. Kommen Sie, wir vertreten uns etwas die Beine. Es wird kalt. Menschenskind. Nie ein Unfall gebaut. Ich sitze jetzt schon 18 Jahre auf dem Bock. Und davon 10 Jahre grenzüberschreitender Verkehr. Da auch nie was gewesen. Nicht mal eine Geldstrafe. bis Deutschland, Holland, Belgien. Nie. Und dann so ein Ding. Sie tritt doch keine Schulterschmiede. Ah. Ich glaub ja nicht an Vorahnung. Aber heute früh, ja, macht mir meine Frau die Thermosflasche zurecht. Und ich weiß auch nie, wie. Ein Plaus und kaputt. Wir versuchen mal eine Zusammenfassung. Fürs Protokoll. Ja. Sie hatten also eine Reifenpanne. Ja. Ja. Hinten links, der äußere Zwillingsreifen. Leer werden wir ja hin bis zum nächsten Rastplatz. Aber wir haben noch Maschinen drauf. Knapp 15 Tonnen. Die Rundumblinkleuchte eingeschaltet. Ja, sofort. Na, und Rudi ist mit der Warnleuchte vor. Dann Wagenheber raus, die Klötzer, der Drahtkreuz. War es da auch schon so neblig? Äh. Ja, ein bisschen, ja. Also, geminderte Sichtverhältnisse. Dazu eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Die haben uns doch alle gesehen. Alle. Die sind doch schon weit vor der Warnleuchte auf der linke Spur rüber. Auch wenn von der Leuchte nicht mehr viel übrig ist, die müssen wir mitnehmen. Wozu? Bei nicht mehr ausreichender Kapazität der Batterien hört die Leuchte abrupt zu blinken auf. Das Fehlverhalten des italienischen Fahrers muss doch eine Ursache gehabt haben. Nehmen wir an, die aufgestellte Warnleuchte hat nicht mehr geblinkt. Er übersieht sie, streift sie, dass sie im Bogen wegfliegt. Wie Sie sagten. Richtig? Ja, ja, genau, ja. Möglich, dass er davon so irritiert war, dass... Aber dann trete ich doch auf den Klötzer. Nee, direkt auf ihn zu. Mensch, ich denke mein Schweinpfeif. Ich bin die Böschung runter. Ich hab's krachen hören, ja, noch bevor ich krachte. Olle Rudi sah's ja vorne im Fahrhaus. Nee, ich begreif das nicht. So ein paar Kilometer vor der Grenze in Stad Dös doch keiner. Da fährt doch keiner angesossen. Können Sie Angaben machen zur Geschwindigkeit des Pkw? Na, reingeschlichen kam er nicht. 80, 100. Mindestens. Ob... Ob's die Frau bis zur Klinik geschafft hat? Kann sie das nicht rauskriegen? Von hier aus leider nein. Artisten waren sie. Naja, vielleicht besser sie schafft es nicht. die bleibt der ewigen Krüppel. So, Herr Schmiede, hier das Formular. Beschreiben Sie den Hergang so kurz und präzise wie möglich. Ach so, ja. Koko lieb, Ketlinburg, drei, Verone. Sag mal, kannst du den mal abstellen? Koko, tot. Koko, tot. Tja, wie der funktioniert. Toll. Willst du was für mich? Ah ja, du kommst heute Abend vor den Carreros. Die Wehren fallen aus. Wieso? Cardos hat sich eingeschlossen und säuft. Lida ist immer noch nicht da? Ach, keine Unfallmeldung, kein Anruf von ihr. Nichts. Koko, weißt du, wo Lida Cardos steckt... Liederrohre, Liederrohre, Liederrohre. Ja, da wissen wir ja Bescheid. Oder weißt du es? Ich? Woher denn? Ich bin doch nicht der ihr Aufpasser. Also, also heute Abend vor den Carreros. Ja. Ja, das war's. Sag mal, Heinz, du kommst mir irgendwie... Hängt das mit dem Telegramm zusammen? Weiß. Na, du sollst doch heute ein Telegramm gekriegt haben. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ein Onkel von mir. Gestorben? Ja. Oh. Tut mir leid. Meine Anteilnahme. Danke. Ihre Anmeldung gerade Beul. Bitte sprechen. Mama! Oh, Heinz. Na sowas. Ich bin beim Plätzchen parken. Da klingelt Frau Scheffler. Ich soll ans Telefon kommen. Mama! Wie geht's denn beim Koko? Ist er denn hübsch auf dem Posten? Hör zu, Mama. Gib sofort ein Telegramm mich auf. Was? Du sollst sofort ein Telegramm schicken. Hast du was zum Schreiben da? Warte mal. Das kannst du dir auch so merken. Onkel Erich gestern friedlich entschlafen Mutter. Hast du verstanden? Onkel Erich gestern friedlich entschlafen. Ja, und das gibt's in gleich Telefonen. Was denn für ein Onkel Erich? Mama, das ist ein Ulk. Wir haben hier gewettet. Ich erkläre das später mal. Geht's dir gut? Ach du, ich hab wieder Kimmelflätzchen gemacht. Die isst du doch so gerne. Und weißt du was? Heute sind die Kohlen gekommen. Da muss ich... Mama, ich hab nicht viel Zeit. Also gib das gleich durch. Onkel Erich gestern friedlich entschlafen. Signora? Signora Bagnarezi? Signora Bagnarezi? Nichts. Wenn überhaupt morgen oder übermorgen. Das ist sowieso ein Wunder. Der Milzriss ist noch das harmloseste. Artisten sollen hart im Nehmen sein. Was hat sie denn gemacht? Waren das Messerwerfer? Diese Narben an Hals und Schultern? Eine Perchnummer. Im Gepäck befanden sich Fotos, wissen Sie? Solche Künstlerfotos für Agenturen. Sie turnt an einer Glasfieberstange, die ihr Mann auf der Schulter balanciert. Ah, sowas. Zwei Bagnarezi. Auch ein Beruf. Sie informieren uns bitte sofort, wenn die Patientin bei Bewusstsein ist. Sie sprechen Italienisch? Weil ich Signora gesagt habe? Ja. Aber sie müsste Englisch verstehen als Artistin. Gut, wir kommen dann mit Dolmetscher. Was liegt hier eigentlich vor? Die Staatsmacht ist so neugierig. Die Frau ist italienische Staatsbürgerin. Was haben Sie denn außer Fotos noch gefunden? Rauschgift? Was Politisches? Sie sagten, die Blutprobe habe einen hohen Barbituratwert ergeben. Könnten Sie mir das etwas näher erklären? Die Patientin stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Einfluss einer starken Dosis Beruhigungsmittel. Und bevor der Körper die nicht abgebaut hat, lässt sich sowieso nichts sagen über Reaktionen, Leberwerte und so weiter. Aha. Es könnte also sein, dass sie geschlafen hat, als der Unfall passierte. Der Beifahrer sieht zwar nämlich heruntergeklappt, sie hat gelegen. Also Stauchung. Gut, dass Sie mir das sagen. Das erklärt die Eigenart der Becken- und Unterschenkelfrakturen. Dann wird wohl auch die Wirbelsäule etwas abbekommen haben. Moment bitte, ja? Intensivstation Oberarzt Dr. Drews? Guten Morgen, Genossen. Guten Morgen. Punkt 1 der Frühbesprechung. Verkehrsunfall bei Autobahnkilometer 247 des Abschnitts Magdeburg-Marienborn beziehungsweise 12 Kilometer vor Grenzkontrollpunkt. Beteiligte die italienischen Staatsbürger Anna und Titus Bagnaresi. Der Fahrrad hüttlich verletzt, die Frau lebensgefährlich. Untersuchungsführer Major Schönherr. Bitte, Genosse Major. Ja, danke. Also, das italienische Artisten- Ehepaar Bagnaresi befand sich per Transit von Prag, wo es in einer Revuesendung des tschechischen Fernsehs mitgewirkt hatte, Richtung Hannover. In Hannover, das geht aus einem Telegramm hervor, das sich unter den Papieren Bagnaresis befand, hatten beide am kommenden Tag Termin bei der BRD-Werbefilm-Agentur Globus. Das Unfallkommando informierte uns von Unklarheiten beim Hergang des Unfalls zu Protokoll gebracht von dem Lkw-Fahrer Rudolf Schmieder, auf dessen ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der italienische Pkw aufprallte. Wie die Untersuchung ergab, ist das fahrerische Fehlverhalten Bagnaresis wahrscheinlich auf einen Barbiturat zurückzuführen, unter dessen Einfluss Bagnaresi stand, ebenfalls seine Frau. Und jetzt kommt wieder mal der Zufall ins Spiel, Genossen, was Sie alle kennen. Beim Räumen der Unfallstelle entdeckten die Genossen ein in Folie eingeschweißtes Päckchen mit haarfeinem Draht, das auf der Fahrbahn lag. Ein zweites Päckchen rutschte beim Buxieren des total beschädigten Pkw auf das Abschleppfahrzeug unten aus der Fahrradtür. Wir stellten fest, dass sich in der Fahrradtür, also im Futter der Fahrradtür, noch weitere sechs solcher Päckchen befanden. Analyse der Techniker. Wolfram Draht, Stärke 5 µ. Moment mal bitte. Ja, Genosse Peter. Wolfram, chemisches Zeichen W, Schmelzpunkt 3380 Grad, gehört zu den seltenen Schwermetallen. Unentbehrlich vor allem für die Glühlampenherstellung. Wir entdecken ferner in Papierservietten eingewickelten Granatschmuck, drei Halsketten und zwei Paar Ohrgehänge sowie ein Kuvert DIN A5 Inhalt Banknoten der GSSR Staatsbank Betrag 27.500 Kronen. Prag ist verständlich. Ja, Prag ist verständlich. Das liegt auch schon eine erste Antwort vor. Bei der Aufzeichnung des tschechischen Fernsehens kam es mit den Banja Resis zu einem Zwischenfall. Die Frau war unkonzentriert und benahm sich herausfordernd. Ursache Drogenabhängig. Moment mal, Sie sagten, bei der Blutprobe wurde Barbiturat festgestellt. Ist doch ein Unterschied. Ja, offenbar ist der mitgeführte Stoff ausgegangen und die Banja Resi hat sich auf der Rückfahrt, also per Transit nach Hannover, mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Wie sieht es mit der Vernehmungsfähigkeit aus? Es ist fraglich, ob es überhaupt durchkommt. Danke, Genosse. Zwei Anmerkungen noch, bitte. Der Zeitvergleich, Einreise, Grenzkontrollpunkt Zinnwald, Unfallzeit, ergibt eine Differenz von plus anderthalb Stunden und zweitens, am Ringfinger der rechten Hand von Banja Resi steckte ein Herrenring, äh, 85er, ja, mit einem Smaragd in Platinfassung. Der Ring ist vermutlich nicht Banja Resis Eigentum gewesen, er passte nicht, er war ihm zu weit und der Finger weist auch keine Tragespuren auf. Weißt du, liebe Zahnar, das, liebe Zottos-Freunde, ist sicher ein Begriff für den Umgang alt, aber was sie jetzt sehen werden, das ist einmalig. Braune, Lepizanar, in einer modernen Freierstressur nach Melodien aus Mayfair Eby. Harry, du weißt Bescheid, du kommst vor den Karreraus, klar. Sag mal, ob die Fleurob auch Grenze verschickt. Was? Ob die Fleurob auch Kranzbestellungen annimmt. Ich möchte den Kranz schicken. Bloß ein paar Blumen. Was ist denn passiert? Hier. Kam heute von meiner Mutter. Onkel Erich gestern? Ja, niemals bin ich mehr jungen als mein Vater. In den Ferien immer so Onkel Erich. War Forstmeister. auch. Du, mein Beileid. Danke. Kopf hoch. Lache, Pajazzo. Ja, es ist ein wahres Wort. Na, wenn der da rum ist, dann mach ich drei Kreuze. Oh, Entschuldigung, jetzt wär's ja rausgerutscht. Also, vor den Karreraus. Na, dann mach ich mich mal vordurch. Hast du was von der Karus gehört? Nee, nicht. Aber von ihm. So? Ist total blau. Voll wie 1000 Ritter. Der Scheffel nach der Vorstellung zur Polizei wegen der Vermisstenanzeichen. Ich habe schon den ganzen Abend ne Zwangsvorstellung. Zirkus Hansa in Flammen aufgegangen. 250 Opfer. Direktor und Inspizient verhaftet. Guck mal, die geile Spuren auch nicht. Ja. Fred? Hier ist glaubtreu. Mach mal auf. Fred? Hörst du? Wenn du morgen zur Nachmittagsvorstellung besoffen antrittst, seid ihr beide fällig. Du auch, nicht nur Lieder. Ich bringe euch beide vor die Konfliktkommission. Mensch, benimm dich nicht wie ein Jammerlappen. Ekelhaft. Fred? Und? Und? Lich drin und leilt? Ja, das war bestimmt ein historischer Augenblick für das VP-Revieren. Zirkus direkte erstattet Vermisstenanzeige anstelle des besoffenen Ehegatten. Schöne Visitenkarte haben wir da abgegeben. Zirkus Hansa intim. Hast du noch ein Bier da? Na, na klar. Aber warum kippt Cordus derart aus den Latschen? Sonst nie was gewesen. war es Muster an Disziplin. Schöne. Wenn ich an letzten April denke, jeder zweite die Krippe. Cordus kam wackelig in die Gasse, sein Pasha am Halfter, aber ausgesehen hat's, als schleppst der Bär seinen Chef raus zur Vorstellung. Ja. Und jetzt? Der ahnt, was die Glocke geschlagen hat, dass mit der Partnerin das nächste Engagement wackelt. Ja, danke dir. Leid, kann er einem ja tun. Hängt sich an so ein Luder. aber mit exquisiter Figur, Herbert. Die bringt doch das Pikante rein. Und die Tiere hat sie auch im Griff. Er weiß schon, was er an ihr hat. Prost. Prost. Wenn man immer genau wisst, worauf man sich einlässt. Zirkus Hansa sucht einen ökonomischen Direktor. Ich muss mal raus, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich komme sonst um zwei Jahre, höchstens. Ja, jetzt geht's ins Fünfter. Der Große muss zur Fahne, die eine lässt nicht von ihrem Rocker, die andere bringt eine Vier nach der anderen heim. Und Vater turnt in der Weltgeschichte herum solchen Heckmeck am Hals. Prost. Prost. Naja, Sonja hat mir noch eine Saison prophezeit. Also, wenn du gehst, ich hinterher. Ich komme an jeden Tag darunter. Ideal wäre natürlich der neue Friedrichstadt bei Lanz. Wird Zeit, Harry. Rauchst du eigentlich Zigarren? Nö, nö, selten. Probier die mal hier, echte Brasilien, noch von Montero. Ah? Sowas müssten wir mal einkaufen, sowas wie Montero. Ich sage dir, diese Feuerspucker und Schwertschlucker, die fehlen im Programm. Wären denn die bei uns nicht ausgebildet? Da gibt's nur eine pompöse Artistenschule. Tja, das hängt sich ja mit dem Arbeitsschutz zusammen. Du darfst nicht so hastig ziehen, ja? Einen guten Konjagd schluckst du auch nicht runter wie ein Bier. Naja. Weißt du, weißt du, was den enorm beeindruckt hat hier bei uns? Wie ich mit dem zum Zahnarzt bin, als seine Prothese kaputt war, ja? Und der brauchte keinen Groschen zu bezahlen. Da hat er den Doktor Paprasil geschenkt und mir eine ganze Kiste. Und Amigo hinten und Amigo vorne vergesse ich nie. Kann auch schön sein, Herbert. Na sicher, sicher. Na meinst du, das kriege ich meinen Lebtag wieder los? Manechengeruch? Ich dachte immer, das sind so Erfindungen, so Kinkerlitzchen. Machen ist alles wieder in der Reihe. Kein Fußball, die Karte ist da und Enrico hat seinen toten Onkel verdaut. Das hat er dir auch erzählt? Was Gescheiteres als ein toter Onkel ist ihm offenbar im Moment nicht eingefallen. Du, das stimmt. Ich habe das Telegramm gelesen. So? Fragte mich, ob die Floi Robb auch Krennese verschickt. Also kein Schwindel? Wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe mir schon das verrückteste Zeug ausgedacht. Das Telegramm, die Kados. Na, Herr, was Bier dämpft. Ich habe noch eins, ist aber leider das letzte. Du? Oh, ich dachte, du bist noch nicht in Pugilla. Was ist denn los? Enrico. Hm? Wieso schickt deine Mama zwei Telegramme? Zwei? Was sind für zwei Telegramme? Nun, eins heute Morgen und eins um fünf. Warum? Wegen einem toten Onkel. Oder war das von heute früh, mit dem du gleich zu Lieder Cardos bist? Gar nicht von deiner Mama. Und das war? Du bist ein Schweinehund. Du weißt doch was. Aber der Chef rührt dich nicht. Der hat genug Probleme. Ist Schweinerei, Enrico. Der Chef, das ist ein wunderbarer Mensch. Und du hast kein Gewissen. Bitte, hier. Hier ist das Telegramm. Komme ans Licht. Kannst du lesen? Lügner. Ist nicht das von heute früh? Weißt du, Sonja? Sie hat mich geschwindelt. Sie hat mich reingelegt. Sie wäre bestimmt zur Vorstellung wieder da. Es ging um eine Nerzjacke, die ihr Bagnaresi aus Prag mitbringen will. Das wäre lange verabredet, aber Cardos soll nichts davon erfahren. Bagnaresi? Na, die Italiener. Hey, mit der Rakete? Ja, die Pärschenummo. Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sagte mir Lida, Bagnaresi will ihr schreiben. Ob er da an mich schreiben kann, wegen Cardos, damit der nicht dumme Fragen stellt. Dann kamen zwei Briefe. Drinnen das Kuvert für Lida und heute das Telegram für Lida Cardos sind Mittwoch 14 Uhr Raststätte Dörrbach. Gruß Titus. Enrico, ist jetzt Wahrheit? Hätte ich doch vorher auf der Landkarte nachgeguckt. Ich hätte ihr doch nie das Telegram gegeben. Ich hätte doch den Braten gerochen. Das verstehe ich. Obwohl sie sich getroffen haben, ist kurz vor der Grenze rüber nach Westdeutschland. Kapierst du? Die ist weg. Illegal. Und Cardos muss was an. Der trinkt doch nie. Sonja, wenn der erfährt, ich habe da mit dir helfen. Du, der schlägt mich doch tot. Ach, was du für Zeug redest. Einmal, das ist im Brücken gewesen, komme ich ins Kapitel. Bagnaresi probte und oben trumpte seine Frau herum, aber es war nicht seine Frau. Es war Lida. Dasselbe lange schwarze Raar. die Figur zum Verwechseln. Ist da alles nach Jux aus? Bagnaresi dachte, prima, prima, drei Bagnaresis. Geht dir jetzt ein Licht auf? Aber ist doch verrückt. Wie will sie weg? Ohne Papiere. Ich verstehe nicht viel von den Vorschriften, aber ich weiß, man muss Papiere haben, Pass. Weißt du, als ich mit Sarasani nach Amerika ging, haben die Amerikaner zuerst meine Schlangen untersucht, sehr lange. Aber noch viel länger haben sie mich untersucht und meinen Pass. So einer aus Montenegro wie ich. Ja. Pessel kann man fälschen, Sonja, wenn das rauskommt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Herr Ullmann, Volkspolizei, Leutnant Schubert, Kriminalmeistersteller, ein paar Fragen. Ja, ja bitte. Müsste ich abschließen oder geht es kurz zu machen? Es wäre schon gut, wenn wir ungestört sind. Selbstverständlich. Es handelt sich sicher um diesen Einbruch im Leipziger Brühl, aber da kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Erstens hat mir niemand Fälle angeboten. Und dann nehme ich auch grundsätzlich keine Ware an, von der mir keine Zertifikate vorliegen. Wir beziehen unser Material nur von der Genossenschaft. Ist Ihnen eine Frau Kardos bekannt? Kardos? Lida Kardos, Artistin. Ach so, ja, natürlich. Frau Kardos hat, glaube ich, mit Bären zu tun, so eine Bären-Nummer. In welcher Beziehung stehen Sie zu Frau Kardos? Beziehung, meine Herren? Ich stehe in der allernormalsten Beziehung zu Frau Kardos. Sie gehört zu meiner Kundschaft. Wieso? Ist dir was zugestoßen? Sie lässt also bei Ihnen arbeiten, aber Frau Kardos hat doch hier gar nicht ihren Wohnsitz. Das ist so. Vor zwei Jahren gastierte bei uns dieser Zirkus und Frau Kardos war auf der Suche nach einem Kirschlein. kleine, eilige Reparatur. Dann ließ Sie bei mir auch ein Cape arbeiten. Insgesamt drei oder vier Stücke. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich müsste in der Klatte nachschauen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Kardos war mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Kirschenrei ist ja Vertrauenssache, nicht? Tja, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Sie besitzen ein Wochenendgrundstück bei Treuberg innerhalb der Siedlung Hubertushöhe. So einen Bungalow. Ja. Sie vermieten den Bungalow? Wie meinen Sie vermieten? An Dauermieter? Nein, nein. Gelegentlich mal an Sommerfrischler. Oder Wintersportler. Ist ja eine zauberhafte Gegend. Und da sind auch mehr Freundschaftsdienste, ein kleiner Kreis, Leute, die wir kennen. Frau Kardos gehört auch zu diesem Kreis? Na Gott, so würde ich das nicht sagen. Na immerhin, der Skodder Octavia, den Frau Kardos fährt, ist häufig vor ihrem Grundstück gesehen worden. Ich weiß nicht, wo Sie das hier haben. Häufig. Vielleicht fünf, sechs Mal in der Zeit. Das ist für meine Begriffe selten, aber doch nicht häufig. Frau Kardos entspannt sich dort, wenn sie Gelegenheit hat. Und nie länger als ein oder zwei Tage. Wie geht das vor sich, die Vermietung? Telefonisch oder per Postkarte? Und holt sie die Schlüssel bei Ihnen ab oder schicken Sie die Schlüssel? Nein. Frau Kardos ruft mich an, ob frei ist. Der Einfachheit halber regelten wir das so, indem ich ihr einen Bundschlüssel überließ. Das war seinerzeit ihr Vorschlag. Ich habe Frau Kardos nach anfänglichem Misstrauen, das gebe ich zu, Artisten, Zirkusvolk, nicht wahr? Als eine sehr proppere und vertrauenswürdige Person kennengelernt. Wir mögen sie alle beide, meine Frau und ich, wenn sie so von ihren Tourneen erzählt, von ihren Bären. Das ist schon eine eigenartige Welt. Wann war Frau Kardos das letzte Mal in Hubertushöhe? Moment, das muss ein Vierteljahr her sein. Gestern hat sie nicht angerufen? Na, wieso? Weil seit gestern der Skorda an der Zufahrt zur Siedlung abgestellt ist, auf einem Waldparkplatz. Können Sie sich darauf einen Vers machen? Nein. Absolut nicht. Nein. Also wissen Sie, Ihre Art zu fragen, was ist denn vorgefallen? Die Gartentür zu Ihrem Grundstück ist verschlossen. Wir haben geläutet, aber es meldet sich niemand. Na, sehen Sie. Wir wollen trotzdem im Haus nachsehen. Sie erlauben uns das? Ja, natürlich, bitte, wenn Sie es für nötig halten. Ich darf dann um die Schlüssel bitten, Herr Ullmann. Bitte. Na, wenn in dessen Felz keine Läuse sind, dann verschenke ich meine Endspielkarte an den ersten besten Fällen. Erkundige dich nach dieser Sache in Leipzig diesem Einbruch auf dem Brügel. Ja, gut. Gesucht wird eine verschwundene Artistin. Vor Jahren rotierte oben in Mecklenburg alles wegen drei vermisste Kinder. Da wurden Keller durchstöbert und Garagen. Eine Routine-Sache. In einer Garage zentnerweise Kupferkabel. Ein Keller vollgestopft mit Säcken Weißzement und so weiter und so fort. Du hebst deinen Stein auf und bist platt, was sich da so an Asseln drunter verkrügelt. Übrigens hast du das prima gemacht. Erst zuletzt den Skoda erwähnen. Machst du das nach Gefühl? Also Eingebung? Technik lernst du auch noch. Hallo? Frau Karos? Hallo? Ferner? Ferner! Du, die ist tot. Tot? Ja guck doch die Augen. Na Moment mal. Frau Karos? Die hat sich umgebracht. Hier, mit der Spritze. Du wirst uns wohl lächerlich machen. Gib durch. Vermisste Karos lebend aufgefunden, steht dem Anschein nach unter Wirkung von Rauschmittel. Nein, das ist nicht meine Frau. Aber Herr Karos, sie sieht meiner Frau nur sehr ähnlich. Sie ist... Ja. das ist eine Fremde. Hier, der Personalausweis. Wie soll denn der Personalausweis ihrer Frau in die Hand einer Fremden gelangt sein? Und wie ist ihr PKW in eine Wochenentsiedlung geraten, wo in einem Bungalow diese Frau aufgefunden wurde? Das weiß ich nicht. Ich weiß nichts. Herr Karos, Sie müssen doch irgendeine Vermutung haben, einen Anhaltspunkt. Plötzlich verschwindet Ihre Frau. Sie halten sich bitte zu unserer Verfügung. Wie lange gastieren Sie noch hier? Zwei Tage. Und dann? Neustrelitz. Sie ist völlig apathisch. Spricht kein Wort. Scheint nichts zu verstehen. Kann sie nicht oder will sie nicht? Physisch müsste sie in der Lage sein. Wir haben ein EEG gemacht. Wo ist denn Ihr Dolmetscher? Stellen Sie mich bitte vor. Signora Bagnerezi. Here is an officer from the police. His name is Major Schönherr. Signora. Danke. Versuchen wir es mal deutsch. Sie sind nicht Anna Bagnerezi. Sie heißen Helga König mit Künstlernamen Lida Cardos. Sie wissen, weshalb ich hier bin. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen und ich bitte Sie mir kurz und wahrheitsgemäß zu antworten. Selbstverständlich wird sich die Befragung nach ärztlicher Maßgabe richten. Ich nehme das Gespräch auf Tonband. Das ist so üblich. Na, alles klar? Ja und nein. Wieso? Ja, Hier. Sind knapp zwei Stunden Band. Das Resultat von 17 Stunden Aufenthalt in der Klinik. Mal fünf Minuten mal zwei mal zehn. Ich bin übrigens nicht scharf darauf, so was bald wieder zu erleben. Weshalb? War sie aggressiv? Oh, nein, nein. Dekados ist eine ausgesprochene Schönheit. 26 Jahre. Aber sie wird sich bis ans Ende ihres Lebens nie mehr ohne fremde Hilfe kämmen können, baden können. Schuhe eigentlich überflüssig, bloß zur Dekoration. Und sie weiß es noch nicht. Na ja, soll ich das Band auflegen? Äh, Zusammenfassung. Ja. Vor allem die Punkte, wo die Aussage der Kardos von der Aussage der Bagnaresi ableicht. Da muss ich dich enttäuschen. Die beiden Aussagen sind vollkommen deckungsgleich. Dekados gibt folgende Version. Sie hat die Bagnaresis letztes Jahr in Prag kennengelernt, machte da Spaßes halber bei Proben der Perchnummer mit, was bei der frappanten Ähnlichkeit der beiden Frauen Bagnaresi zu der Idee veranlasst haben soll, die Nummer vielleicht mal zu dritt aufzuziehen. Aber das hätten sie nie ernst genommen. Dekados gestand mir ungefragt, dass sie mit Bagnaresi geschlafen habe und mit ihm heimlich korrespondiert. Die Post lief über einen Musikalklown und an den hat Bagnaresi auch das entscheidende Telegramm für Dekados geschickt. Daraufhin fuhr sie zur Raststätte Dörbach und dort eröffnete ihr Bagnaresi diesen irrwitzigen Plan. Er nimmt Dekados anstelle seiner Frau rüber nach Hannover, weil die Filmaufnahmen genauso geschmissen hätte, wie sie beinahe in Prag die Fernsehaufnahme geschmissen hat. Denn Bagnaresi sei längst nicht mehr erste Sahne, nach jedem Engagement müsse er grapschen, ein Mann Mitte 40, eine Drogensüchtige am Hals, die seine Partnerin ist. Die Bagnaresi, sagt Dekados, sei dann in den Bungalow von dem Kirschner Ullmann gefahren worden. Und zufällig hatte Dekados die Schlüssel bei sich? Ja, die hätte sie immer bei sich, wenn sie in die Gegend fährt. Na, weiter. Ja, also, man habe die Bagnaresi wohlversorgt mit Stoff zurückgelassen, tauschte Pass und Personalausweis und in spätestens 24 Stunden sollte der Rücktausch erfolgen. Die beiden passieren wieder die Grenze, Hannover ist gelaufen, Bagnaresi nimmt seine Frauenempfang, Dekados fährt zurück in ihren Zirkus. Die Konventionalstrafe hätte sie mit links weggesteckt, das Abenteuer hätte ihr ja über 1000 West eingebracht. Ihren Mann und ihre Bären hätte sie nie im Stich gelassen, im Traum nicht. Fast jede der Befragungen fängt sie reumütig an, ja, sie weiß, sie hat was vorgehabt, was nicht in Ordnung war, aber vor der Grenze wäre sie vielleicht noch abgesprungen. Meine Frage darauf, aber die Ärztin sagt, sie müssen vor Antritt der Fahrt so viel Beruhigungstabletten genommen haben, dass sie wahrscheinlich schliefen, als der Unfall passierte. Ihre Antwort darauf, ja, Titus gab mir Tabletten und nahm selber auch eine. Das war ja immer ein Kitzlig, ich mit Annas Pass. Er sagte, ich klappe den Sitz runter, leg dich hin, damit es so aussieht, als wärst du vom Fernsehen in Prag noch ganz kaputt. Ich sage denen schon was, beschlafen habe ich nicht. Und dass sie mit Schmuck behängt war, im Koffer ihr Zogel Cape und ihre Nerz Montel? Chinchilla. Und wenn sie wegführe, käme sie sich ohne diese Sachen wie nackt vor. Und das Zeug in dem Pferd? Dieser Draht, die Ketten, Ohrringe, diese Haufen Kronen? Ja, genau wie die Bagnarese, nicht die geringste Ahnung. Sie regte sich darüber ziemlich auf. Das ist hier im letzten Fünftel des Bannes. Und was meinst du nun? Tja, ich nehme an, die Kados gibt genau die Version wieder, mit der die Bagnarese Keri gemacht wurde. Bagnarese und Dekardos, das sollten die neuen zwei Bagnarese werden. Womöglich hat das sogar Dekardos eingefädelt. Zurzeit wird über sie recherchiert, nur sie hat nicht eben die blütenreinste Biografie mal in ein Verfahren verwickelt gewesen, da ging es um Pelzdiebstahl, aber sie kam mit Bewährung davon. Vielleicht sagt sie eines Tages, was sie zusammen mit Bagnarese wirklich vorhatte. Vorläufig kriegen wir kein Wort mehr aus ihr heraus. Oder immer bloß dasselbe. Für unsere Vermutung haben wir keine Beweise. Hallo Fred. Ja, ja. Neueste Meldung von der Bahn, Stellzeit verschoben auf ein Uhr, aber nach hinten raus ist Luft, also keine Hektik. Gut, Chef. Sag mal, wie nimmt Pascha eigentlich den kleinen Tommy an? Geht das? Wenn er nicht mal Wichmann füttert, er muss von den Löwen weg. Gut, gut. Du, der hat doch komisches Talent, zieh mit dem was auf. Ich wollte noch was sagen, Chef. Ja? Dass ich mich so besoffen habe, den Abend geschmissen. Haben wir ja verstanden. Aber um die Konventionalstrafe kommst du nicht herum, Fred, dass das klar ist. Ich hab's gewusst. Nun, umso besser. Ich meine, ich hab's gewusst, dass sie was vorhat, dass sie abhauen wollte. Was? Sie hat mich bestohlen, sie hat meinen Ring gestohlen, den Smaragd. Wie konnte sie das bloß tun? Und nun die Kardos wären. Fred, Kardos und Kompagnon. Pasha, Sonja und der kleine Stani. Drei muntere, dickfällige Burschen. Pasha hat den Ehrgeiz, die Fahrerlaubnis klasse fährt zu machen. Was meinen Sie, verehrtes Publikum, hat er das Zeug dazu. Und hier Fred Kardos. Drei Bagneresi. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Dramaturgie Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren glaubtreu Hans Hans Joachim Hanisch. Inspezient Klaus Bamberg. Kardos Ulrich Voss. Enrico Werner Tröckner. Sonja Doris Abesser. Major Gerd Grasse. Einsatzleiter Dieter Wien. Stiller Joachim Kaps. Leutnant Dietmar Obst. Oberleutnant Christoph Matthias Lau. Ärztin Katharina Tomaschewski. Schmieder Jürgen Heinrich. In weiteren Rollen Christoph Engel Ruth Komarell und Viktor Deis. Schnitt Uta Weinhardt. Ton Eva Lau und Peter Kainz. Regieassistenz Brigitte Wasser. Stereophone Einrichtungen Regie Ostliebach.